jetzt läuft ok er ist die version und da käme auf bsi normalerweise müsste was passieren und es passiert nichts na juhu kann man nur rücksetzen macht nichts so dass ja was ganz neues gibt 2 so jetzt ist auf usb eingestellt so was haben wir denn hier haben wir ein neues dinger drauf gemacht mal sehen was da passiert passiert nichts doch passiert was schön das läuft ja klar ist ja ich ja ganz logisch quasi doch erstmal mit b war eigentlich habe ich doch ballett das funktioniert diese animation funktioniert na ja